ja endlich nach langer pause geht es mal wieder ein bisschen weiter mit unserem core projekt ghost weekend breakpoint nicht white lands und ja mit mir dabei ist der marki wieder mal ihr kennt das ja alles schon mittlerweile wird sich auch nie ändern außer dass wir leichte probleme hatten aber das war eher mit der wenige ein missverständnis aber alles ist gut wir sind wieder da das kann ich was wir jetzt gemacht haben also ohne spaß jetzt ich glaube wir hatten nein wir hatten glaube ich den boss besiegt wir waren in diesem riesigen kraftwerk gedönster ja dann war das happy die folge hieß glaube ich bei mir dann auch happy end hast du dann eine mission also wollen wir keinen ausweg direkt machen oder wie sieht das aus oder machen gut dann heftig die kurz an das ist ja die kei das ist kein ausweg von insel und welche schon von der insel runter oder wollen wir noch ein bisschen was machen du glaubst doch nicht wirklich dass das direkt klappt oder du hast auch vorstellung wir machen es einfach komm ich hab's drauf ich glaube wir haben eh große größen sind nur eine hauptmission ne eine zwei hauptmission warte mal ich will noch eine andere machen vorher ich hole grad was sind die sehr aber keine ne das ist das problem an der sache ich glaube das ist tatsächlich die einzige hauptmission die wir noch haben so nebenbei gerade so wieso bestehst du noch da unten kommst du weil ich noch im karten in der karte bin ja dann komm jetzt los ja ja bin da dann kommst du hier so dann halte ich mal zu dir so ich kann mir wie an irgendwelche dingen hängen so dann komm ich jetzt hoch so wie geht es dir mit all dem hier so wir sind sofort bei dir erreichen sie freeport abflog abflog nach da oben man muss sagen obwohl es doch die ps4 ist es eine sehr sehr schöne gegner und schöne grafik ja das sag ich ja normalerweise die letzten paar mal immer ja gut ich bitte die fünfer ne spitz auf der fünf jetzt gerade ja 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 die kommt bei mir hoffentlich wenn alles gut läuft vielleicht die nächsten ein zwei monaten auch dazu mal schauen ich habe mir auch schon für formel 1 ein lenkrad ausgesucht welches ich mir dann wahrscheinlich holen werde mal gucken ich habe mal geguckt wie im t300 rs von trustmaster aber mal schauen erstmal muss auch mit den finanzen ein bisschen passen so als geldlager und steckt die verbundstofffabrik okay wieder viel rot also viel viel feindpräsenz so die selbstversorger fraktion entdeckt freeport so 200 meter guck mal so einsatz hin abgeschlossenen freeport erreichen sprechen sie mit den selbstversorgern warum sollten wir auch was tun haben wir gesagt ich tue ihnen nichts sie sind selbstversorger naja ich arbeite für scaltech das ist ein freund als sentinel anfing leute zu verhaften hat er uns geholfen warum schickt er sie mein helikopter kam von einem marineschiff das ein paar kilometer vor der küste liegt ich kann die boote zu diesem schiff bringen und mit verstärkung zurückkommen wow klingt auf jeden fall besser als mit dem boot bis nach oklen zu fahren was ist mit dem heli das muss ich noch rausfinden haben sie ihn verloren ja maurice fox und meine tochter harmony freut mich sehr ich bin nomad wissen sie da war noch ein soldat er sagte sein name wäre hill josiah hill ist er hier nein er half uns den männern von sentinel zu entgehen aber er wurde verletzt nicht sehr schwer wir ließen ihn bei diesem fischerei gebäude dings da ich glaube ich weiß was sie meinen ich hole ihn ab wenn ich zurückkomme drohnen ja mit denen hatten wir ja schon mal so ein bisschen nette bekannt schon hat das wie viele das ist ganz so warm er ist ja keine drohnen oder das ist irgendwie fies dafür drohen wir das schon krass argwendig scheiße mehr von denen alle in deckung gegner töten ich glaube ich war auf die andere seite weil du stehst hier schon das schwachste bezweifelte an der gleichen stelle zu stehen so geht er tot ja also zumindest auch das hätten wir jetzt gerade ein bisschen luft ja klar filmsequenz immer gut was zum teufel war das ein moment diese leute das muss ein ein neues sicherheitsprogramm sein was für eine riesen scheiße ich schätze ich schätze nichts kann diese insel betreten oder verlassen solange es aktiv ist das muss auch den heli abgeschossen haben ich auch meine kleine hören sie helfen sie diesen leuten und bringen sie hier weg niemand wird sie retten es ist kein krankenwagen unterwegs sie müssen fliegen sie müssen nach everyone kommen sie mit uns ich suche meinen freund her das fischereigebäude war im rückzugspunkt vielleicht sind dort noch mehr soldaten siehst du eigentlich in der sequenz meinen typen oder deinen typen okay du siehst dein oder was ja so na gut ich glaube das ist klar dass so jeder seinen sucht jo dann haben wir die missionen kein ausweg tatsächlich abgeschlossen ja und kev dachte es geht direkt weg von der insel des spiels zu ende ich hatte es so gedacht wir haben eine neue mission zurück zu den anfängen bekommen die werden wir auch dann wahrscheinlich als nächstes angehen nur vorher möchte ich gerne mir hier diese ein zwei kisten die wir noch hatten kurz zu können ja klar natürlich habe ich das so ein bisschen gedacht aber es wäre einfach gewesen vor allem wir haben noch so ewig viel zu tun wir haben ja so viele gegner die wir noch eben wir haben glaube ich jetzt zwei bosse mit harpy und mit quaken dieser glaube ich der andere und wir haben noch 3,50 so ähm weitere Dings eine neue Waffe na die mal mit so warte mal da war doch noch irgendwas hier vorne ist nämlich nur eine und dann geht's an die neue mission zumindest in der nächsten folge so jemals wer die andere sicht will sehen will ihr kennt dat Hilfe ich geh schwimmen äh guck mal in die video beschreibung da findet ihr auch den seinen kanal da ist dann die etwas andere wahrscheinlich etwas erfolgreichere game pro gamer sicht so hast du dann auch alle kisten oder brauchst du noch moment vielleicht kann sonst müsste hier nix ja guti so was haben wir denn als nächstes noch da muss irgendwo noch eine hauptein da genau wo ist denn die andere hauptmission ich das achso du hast schon gestartet gut mit und das die und das